So, das ist der Josef. Können Sie mit Leiter reinkommen? Und wann ist denn der Artikel? Heute. Was, halte ich, der 27.? Das ist ja morgen der 28. Ja, der 28. Was hast du denn? Ja, was steht noch herum, Josef? So geht's doch! Lassen Sie uns doch allein! Ich bin heute ein bisschen komisch, Josef. Gute Nacht. Sehen Sie schlafen, Josef. Was ist denn los mit dir? Unheimlich ist das schon. Dass keine Truppen da sein werden? Und dass morgen der 28. Der 28. war schon mal so ein schwarzer Tag für uns. So? Erinnerst du dich nicht? An einem 28. Juni hast du verzichten müssen auf die Thron vorgeschafft für die Kinder. Na ja, und für dich. Oh, für mich. Du lieber Gott, ich bin nicht ehrgeizig. Ich will dir bestimmt nicht auf den Thron folgen. Schon deshalb nicht, weil ich dich gar nicht überleben will. Ohne den Verzicht hätte ich dich nicht heiraten können. Aber die Kinder? Ja, es war der Preis. Du vergisst das immer wieder, aber lass doch. Das nützt ja doch nicht. Gar nicht so abergläubisch. Das ist ja nur wegen der Truppen. Dann würde ich ja noch... Dann lass mich. Was hast du? Das ist doch Kopfschmerzen. Ja, ein bisschen. Na, du schön. Guten Abend. Aber du brauchst ja nur Kompresse, noch viel dringender. Fürst Maritzi, Sie müssen sofort nach Sarajevo. Schau uns nach, wie es da ist. Ich meine die Sicherheitsmaßnahmen und so. Also stellen Sie sich vor, es werden nein, keine Truppen da sein. Aber na, ja wieso denn? Ja, wieso denn? Offiziell aus irgendeinem fadenscheinigen Grund. Na, was schauen Sie denn so entsetzt an? Dem Maritzi wird doch nichts geschehen. Da tunst du doch die Hand runter. Also Kinder, wenn ihr nicht schon längst gemerkt hättet, dass sich zwischen euch was anbahnt, jetzt wüsst ich's. Geh'n schlafen. Wir sind verlobt, Hoheit. Aber nein. Wirklich? Waren sie echt verlobt? Na sowas. Seit wann denn? Schon ein Jahr. Schon ein Jahr. Schon ein Jahr, hat sie gesagt. Liebes Kind, was ist denn das? Wir haben sieben Jahre gebraucht, bis wir gemerkt haben, dass einer ohne den anderen nicht leben kann. Und dann erst haben wir den Kampf um unsere Ehe aufgenommen. Und dafür wird man auch heute noch bestraft. Sogar in Lebensgefahr bringen sie ihn. Das sind die Chauffeure vom Hohen Paar. Aber geh. In die Herren, die Herren Chauffeure von den Hohen Herrschaften? Ja. Jetzt hat unser Inkognito gelüftet. Wollt ihr nicht vielleicht Platz nehmen? Wie immer denn mit deinem Serge Lafanne? Noch ein Viertel für die Dame hier oben. Und ein paar Wirstunden. Entschuldigen Sie, wie sind denn die beiden? Der Erz Herzog und seine Frau. Es wird so viel geredet. Der hat keine Ahnung, wo es auf der Trauenspusten ist. Herr, wissen Sie überhaupt, was auf der Trauenspusten ist? Nein, man schweigt. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Tauschen möchte ich mit Ihnen nicht. Du vielleicht? Nein, ich auch nicht. Seit zehn Jahren möchte er gerne am Steyr sein. Aber ich rede nicht. Er meint Regieren. Nein, das ist im Grund dieselbe. Aber der alte Herr, der Kaiser, sein Vater. Sein Onkel. Also gut, sein Onkel. Jetzt ist er 86 Jahre alt. Vierer da. Also gut, vierer da. Das ärgert ihn natürlich. Er kann es nicht erwarten, dass der Kaiser... Er möchte ihm gern folgen, aber hinauf, auf den Thron, nicht... Aber ich rede nichts. Ich sage nichts. Sie wissen ein Vertrauenspusten. Die Leute sprechen sehr viel über die Lage. Sogar über den Krieg. Aber was wissen die Leute schon über die Lage? Bei uns wird so viel über die Lage gesprochen, bis sie auch nicht da ist. Bei uns in der Monarchie gibt es überhaupt keine Lage. Das ist der Sinn der Monarchie. Oder sind Sie vielleicht gegen die Monarchie? Dann sind Sie mir vielleicht gleich weg. Na, wo noch ein Vier da? Ne? Pass auf. Unsere Monarchie ist gar keine. Ich meine, keine gewöhnliche, wo die gleichen Leute beinahe sind. Es gibt so viele Andersgläubige. Die Polen, die Ungarn, die Tschechen. Und jeder will das, was er nicht kriegt. Denn will er das kriegen, dann hätten wir ja gar keine Monarchie. Und das ist das, was alle wollen. Und das ist die Lage. Schauen Sie zum Beispiel die Bosnienerken da. Das sind Serben, Herr. Ja, da sind sie aber auch was. Und ich frage Sie, was wollen Sie? Ich frage Sie, was wollen Sie, die Serben? Aha. Jetzt, wo Sie reden sollen, jetzt reden Sie nichts. Jetzt schweigen Sie. Reden Sie nichts. Ich weiß ganz genau, was Sie wollen. Keine Monarchie wollen Sie, die Serben. Die Serbe Sie. Nein, 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 vielleicht auch rein, Herr. Ich sage gar nicht, weil jeder ist, was er ist. Aber was er auch sein mag, das hindert ihn nicht, ein Österreicher zu sein. Und wir alle sind Österreicher. Oh, oh. Wir Reposonitis, Fräulein. Prozessin. Sie hatten Angst, so kommt es nicht. Niemand hat mich beachtet. Ich habe unseren alten Professor Weisbacher getroffen. In seinem Platz ging alles klar. Was war ihr? Grönig ist gestern verhaftet worden. Bei deiner Schwester war Hausführung. Glücklicherweise war ich nicht da. Und meine Schwester hat Ihnen eingeredet, ich bin in Belgrad. Du nimmst die Zigarette weg. Aber wir müssen natürlich den Zettpunkt ändern. Wo sind wir denn hier? Im Bad Rauf von Mehmetz Vater. Das Haus hat zwei Eingänge. Alles passt gut aus. Willkommen von Ihnen schön. Für direkt in den Appelschitz in Rathaus wird die Begrüßung stattfinden sollen. Du gab es, Wartos Thiel, bei der Kummeria-Brücke. Gabriinovitsch, bei der Deutschen Volksschule. Im Prinzip beim Rathaus. Ich möchte in der Latteinerbrücke stehen. Ja. Du brauchst den Zerayat-Stab. Naja, vielleicht ist es sogar besser. Beim Rathaus tut mir Polizei. Ja, eben. Er wird im zweiten Wagen sitzen. Wenn ihr nicht nah genug herankommen könnt, dann kennt ihr leicht einen Generalschocker mit dem Federbrüsch. Potschrack fährt mit ihm. Die Frau? Ist die auch im Wagen? Ja, Wagen. Was ist denn? Gift. Die, die die Tat gelingt, muss es sofort nehmen. Es wird schnell. Ihr dürft euch nicht leben, da wischen das. Es kann nicht schwach werden. Und alles verraten. Danke. Sieht aus wie Zucker. Wenn einer von euch fürchtet, schwach zu werden, naja, ist ja keine Schande, am Leben zu wollen. Und schließlich sieht ja alles ganz anders aus, wenn man so plötzlich nahe vor ihm steht. Naja. Aber du musst erst jetzt sein. Aber schließlich, vielleicht könnte man entkommen. Kaum. Karis? Willst du mich nicht an deiner Stelle gehen lassen? Nein. Hm? Herr Rinovitsch? Wir sind entfehlig, du wirst noch gebraucht. Du hast nicht gesagt. Der Trümche zum Beispiel hat das Zeug zu einem Dichter. Na, dann kommt. Das ist zum Morgen hier. Geht erst weg, wenn die Straßen belebt sind. Geht einzeln und gebt kein Zeichen des Erkennens, wenn ihr euch zufällig begegnet. Ihr müsst vermeiden, irgendwie aufzufallen. Die Stadt ist voll Polizei. Wenn irgendetwas Unfeuergesehenes passieren sollte. Der Treffpunkt ist hier im Bazar. Bleibt Sie nicht bei uns? Ich kann nicht, Karis. Ein Kollege von der Deutschen Zeitung wird mich gebeten, den Begrüßungsartikel für den Erzerzog zu schreiben. Naja, ich wollte den nicht abschlagen, er wäre kein Verdacht, Chef. Das ist alles so. Und ich muss um 7 Uhr abliefern. Wann erscheint denn die Zeitung? Mittags. Warum? Zu spät, Köln. Schade, das ist ein Artikel, den ich gerne gelesen hätte. Hm. Versuch zu schlafen. Der will eure Nerven brauchen. Ich wollte, es wäre schon morgen. Es muss bald hell werden. Ja. Servus. Du schlaft. Im Sommer sollte man auf Urlaub sein und nicht im Willen. Bei der Hit schlafen wir nicht eine Sekunde. Und da wecken Sie mich noch mitten in der Nacht. Wo breit es denn, vor einer Stunde ist eine dringende Tepesche gekommen, durchlaufen. Aus Belgrad. Die dortige Regierung ist wegen der bedrohlichen Stimmung von einem Teil der Bevölkerung äußerst besorgt. Warum ist denn die Stimmung bedrohlich? Manöver, durchlaufen, haben bei der Bevölkerung großen Unwillen erregt.